Musik So, herzlich willkommen bei Menschenrecht TV. Und heute möchten wir etwas über Obligationen und Polizei erzählen. Die Polizei, mein Freund und Hälfte bald, hat ja Polizeigesetze. Und in diesem Zusammenhang haben wir viel von Inland und Ausland und inländische und Grundrechte und internationale und ausländische Privatverträge gesprochen. Die Polizei hat natürlich neben ihrer Marke als Polizei, ist sie in einer sogenannten Körperschaft öffentlichen Rechts. Das heißt, das ist ein Gebäude. Körper ist ein Gebäude mit einem Eingang, wo sie auf einem öffentlichen Grundstück quasi gebaut ist. Das ist eigentlich eine Anstalt und eine Benutzer, weil eine Republik kennt nur den Fachbrief der Benutzer. Und Nutzen ist Grundrecht. Äh, Entschuldigung, nicht Grundrecht, sondern Grundgesetz. Grundgesetz. Das Polizeigesetz gilt aber nicht in der Öffentlichkeit des Grundrechts, sondern im Grundgesetz. Und im Grundgesetz handelt es sich ja hier eigentlich um die Polis, eigentlich um die Sicherungsverwahrung, Sicherheit. Die Polis, also die Versicherung, dass jemand noch in der Anstalt ist. Das heißt, das bedeutet aber auch, dass die Polizeigesetze nur im Polizeigebäude, in der Anstalt des Polizeigebäudes geht. Das heißt, wenn jemand zur Polizei hingeht, in den Käfig des Löwen, dann wird er dann zerfleddert. Da ist es nicht. Hat er selber Schuld, glaube ich. Aber wenn der Polizist dann, aber wenn der Polizist dann draußen auf die Straße geht und sagt, Ausweiskontrolle, dann handelt er nicht nach dem Polizeigesetz, sondern im außervertraglichen Schuldverhältnis, weil er sich irrt. Er denkt, er ist noch in seinem Revier, in seiner sogenannten Anstalt. Aber das ist er ja nicht. Das heißt, er ist ja dort krank. Er ist ja dort krank und kriegt dann quasi für sich selbst, hat er sich dann einen Auslauf genehmigt. Und in dem Moment, wo er von der Anstalt, vom Polizeirevier, ja, wo Fuß auch und dann Revier markieren, denn in dem Moment, wo er rausgeht, handelt er nicht im vertraglichen Verhältnis, nämlich, dass er dort eingesperrt ist, sondern im außervertraglichen Verhältnis, nämlich er geht außerhalb der sogenannten Körperschaft öffentlichen Rechts in die Öffentlichkeit. Und da ist er schuldig, immer schuldig, weil er gehört ja eigentlich in die Arena, in den Käfig. Also, das ist immer eine Obligation, wenn er außervertraglich handelt. Denn die Polizei ist selber überhaupt nicht rechtfähig. Sie kann nicht Träger von Rechten und Pflichten sein, also in dem Sinne, dass sie grundrechtberechtigt ist, solche Verträge zu machen, sondern sie ist vertraglich und außervertraglich im Schuldverhältnis. Wenn man natürlich in den Käfig reingeht, dann muss man natürlich, also ins Polizeigebote reingehen, muss man natürlich auch damit rechnen, dann überfallen und aufgefressen zu werden. Aber die Polizei darf es nicht draußen. Deswegen, wenn ein Polizist, wir haben das jetzt also auch getestet, wenn ein Polizist außerhalb seines Bezirks rausgeht und nicht in unserem Auftrag ist, dass wir sagen, Hilfe, Hilfe, ich habe eine Gefährdungshandlung, dann darf der Polizist erst gar nicht austreten, sondern der muss in seiner Zelle bleiben. Das Ganze, was die hier veranstalten, ist eigentlich nicht erlaubt. Und, wie gesagt, das Polizeigesetz gilt nur in der Körperschaft öffentlichen Rechts, das heißt, sie sind eigentlich die Hausbesetzer, sie sind die Hausbesetzer und die Angehörigen, also das heißt, wir müssten eigentlich sie pflegen, das heißt, sie sagen ja, wir sind ja die Bürgen, wir sollen für sie bürgen, ich kann ja nicht für einen Irren bürgen, der wenn er mal dauernd ausbüxt. Das sind eigentlich die Arbeitslosen, ne? Ja. Wir unterhalten sie. Ja, wir unterhalten sie. Denn es gibt ja drei Arten von Verbänden, einmal eine vorstaatliche und zwei staatliche. Die vorstaatliche sind immer ein Glaubensbekenntnisbund, aus dem eine Religion entstehen kann, und die sind vorstaatlich. Und die staatlichen sind die sogenannten Verbände juristischer Personen von Politik und Justiz, also Gewerkschaften, und zu den gewerkschaftlichen Verbänden zählen unter anderem Polizei und Justiz und Verwaltung, weil sie gewerkschaftlich sind. Auch die Arbeiterverbände sind gewerkschaftlich und politische Verbände kennt man ja, sie tragen keine Haftung. Sie sind eigentlich, alles was sie erzählen, ist eigentlich blanker Unsinn. Und das sind die, wonach die sogenannten Polizisten und so hinterherlaufen. Das ist aber keine Kategorie Recht. Jetzt muss man das nochmal aufarbeiten, dass solche Verbände juristischer Personen wie Polizei und Justiz nicht ins Vereinsregister, als rechtsfähige Vereinsregister eingetragen werden können, aber sie haben sich unter anderem eingetragen, also beispielsweise der Verein für Richter und Staatsanwälte, die Landkreise sind eingetragen über den Landkreisverband und so weiter und so fort. Das ist alles nicht erlaubt, das ist verboten. Jetzt haben sie sich aber trotzdem eingetragen, wodurch das ganze Gesetz und das ganze Recht komplett auseinandergerissen worden ist. Das heißt, Verbände juristischer Personen sind überhaupt nicht rechtfähig, sie können auch nicht Träger von Rechten sein, und sie können auch nicht selber klagen. Ihr seht ja, dass die Polizei dich nicht anklagt, sondern sie geben einen Bußgeldbescheid und dann sollst du sie verklagen. Wenn du sie aber verklagst, dann sind sie ja immer schuldig, weil sie ja obligatorisch tätig sind, sie haben sich ja vertraglich und außervertraglich schuldig befunden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie willst du denn dann vor Gericht verlieren, wenn sie schuldig sind? Das ist nächstes Problem. Das heißt, sie können zwar verklagt werden, aber dann musst du immer dein Recht bekommen. Sie bekommst ja nicht dein Recht, sondern du wirst sie immer verurteilt, weil du lässt dich mit einem Irren ein. Also zum Schluss zahlt man irgendwie eine freiwillige Spende, ne? Ja, man geht freiwillig ins Gefängnis, man wird verprügelt, man wird vergewaltigt, das macht man freiwillig, weil man ja angeblich ins Käfig des Tigers gegangen ist oder wo der Tiger entlaufen ist. Das kann einfach nicht funktionieren. Das funktioniert einfach nicht. Die Richterin ist auch ganz nett, die stellt auch gerne ein paar Institute vor, wo man spätten soll. Ja, ja. Total höflich. Ja, ein rotes Kreuz und so weiter. Genau. Naja, das Problem ist ja, das größte Problem ist ja, dass wenn sie selber nicht klagen können, sondern nur verklagt werden können, dass sie es unterlassen beispielsweise, wie soll denn dann eine Anklage für die Staatsanwaltschaft überhaupt dann funktionieren? Also da gibt es ja die sogenannten nicht eingetragenen Vereine und danach haftet ja eigentlich jeder Polizist für sich selber, aber der Polizist ist ja eine juristische Person in der Maske. Das funktioniert natürlich nicht und deswegen letztendlich arbeiten sie alle für die Hochfinanz, für die sogenannten Banken und Versicherungen über die BaFin und so weiter. Und auch die BaFin ist nicht grundrechtberechtigt. Das heißt, die ganzen Konstruktionen mit Banken und Versicherungen, alles, was privatrechtlich beherrscht wird über die Lizenzen, das ist alles nicht grundrechtberechtigt. Das muss man einfach mal verstehen und irgendwann mal auch sagen, okay, ich habe es jetzt wirklich verstanden, denn das ist ein sehr, sehr etwas sehr komplizierter Vorgang. Und vielleicht erkläre ich auch noch, was es mit der Haftpflichtversicherung zu tun hat. Wir haben hier jetzt in der Zwischenzeit eine Versicherung gefunden, die für 14 Euro, was weiß ich, 50, 40, 90, glaube ich. 40, 90, 14, 19, ja. Den Polizisten erlaubt, ein ganzes Jahr auf Menschen draufzuhauen und vortäuscht, dass eben dort die Berufshaftpflicht und so weiter eintritt, die Diensthaftpflicht eintritt. Und alleine schon, dass der Polizist zu mir kommt und sagt, ich bin Beamter, ist eigentlich, wird eine sogenannte Obligation, eine Haftpflichtversicherung in Kraft gesetzt. Und jetzt findet man, jetzt kann man natürlich weder den Namen richtig finden, die Adresse finden, noch den Verantwortlichen finden und auch nicht die sogenannte Haftpflichtversicherung. Aber da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Ihr könnt einen Sack nehmen, alle reinschmeißen und immer draufholen. Ihr wischt immer den Richtigen. Warum? Es ist ja so, es gibt ja diesen Zentralberuf der Haftpflichtversicherung für Kfz. Der Haftpflichtversicherung, die gilt auch für die sogenannten Polizisten. Es ist also völlig egal, ob du die Haftpflichtversicherung die oder die oder die nimmst. Es ist völlig egal, denn letztendlich sind die über die Rückversicherung und die Rück ist dann wiederum über irgendeine Versicherung abgedeckt und dann kommen wir irgendwann zu den Rothschilds und Rothschilds und wie sie alle heißen, Warburgs und Marburgs. Ja. Also wir sind heute auch weit gekommen. Wenn wir den Namen von den Polizisten gehabt hätten, dann wäre sie bereit, uns die Haftpflichtversicherung zu geben. Aber es ist völlig unwichtig, weil nach dem Ruhm II-Statut für außervertragliche Schuldverhältnisse muss immer die Versicherung hinhalten und die Versicherung ist ja selber nicht haftbar, sondern sie kann nur beklagt werden, müssen also die Klagen auch durchgesetzt werden, weil es obligatorisch ist. Sie haben sich ja schuldig, also wenn ein Tiger aus dem Zoo ausbricht, aus dem sogenannten Ehrenanstalt ausbricht und da passiert was, haftet natürlich immer die Anstalt und diese Anstalt ist dann versichert und wenn das Geld nicht reicht, dann muss die Anstalt geschlossen werden. Also stellt so hohe Ansprüche wie sonst, denn die Menschenrechte sind unverlässlich unverletzlich. Und sie kommen ja, sie brechen aus aus dem Grundgesetz und kommen das in das Grundrecht rein, in die Öffentlichkeit rein und dann sagen sie, also aus ihrer sogenannten Käfig, Körperschaft öffentlichen Rechts und sie sind eigentlich sowas wie ein Zoobetrieb oder so etwas, wo so wie Affen im Käfig und die brechen gerne mal aus und die müssen ja auch irgendwo hinpinkeln und so, Revier markieren und das ist eben das, was passiert. Also ein Polizist darf draußen eigentlich gar nicht frei rumlaufen, das Polizeigesetz verbietet Gewalt auf Menschen und die knüppeln dann drauf los und so weiter und so. Wie ein, also die machen ja auch so Menschengruppen und so weiter, die sie dann gerne überfallen, wie so hyäneartiges Verhalten, wie so ein Tigerverhalten, dass sie dann anfangen zu jagen und so. Und die beißen natürlich nicht in den Nacken wie ein Löwe oder so, sondern sie knüppeln gleich drauf. Ja, ich hatte das von der Versicherung noch hier. Vielleicht sprichst du nochmal, wie das sich verhält. Mit der Versicherung oder mit der... Grundsätzlich, ja. Ja, ich bin auch nicht so vorbereitet hier. Ich muss gleich schneiden. Ja, also wir haben hier zum Beispiel das von der Versicherung. Hier steht das drin, für 14,90 Euro. Können dann die Polizisten richtig schön draufknüppeln und so. Und da werden also hier... Was kostet die Diensthaftpflichtversicherung? Hier steht das noch ganz genau drin. Die Diensthaftpflichtversicherung, hier oben steht das. Sie kostet 14,90 Euro, Person und Sachgäste pauschal 50 Millionen, maximal 15 Millionen pro verletzte Person und sogar Vermögensschaden nur 50.000. Pro verletzte Person? Ja, ja. Und wie gesagt, Jahresbeitrag zu einem Jahresbeitrag von 14,90 Euro. Dürfen die alles wegknüppeln, was sie wollen, ja. Und dann so entspannt, ach, ne. Ja, ne, hier steht das nochmal drin. Diensthaftpflichtversicherung. Also, in dem Moment, wo einer kommt und sagt, ich bin Polizeibeamter, hat er schon eine Obligation für ihn, weil er ist ja gar nicht Dienst, er ist ja nur Dienst. Da steht das da, Diensthaftpflichtversicherung. Er ist als Beamter überhaupt nicht versichert. Ha, ha, ha. Und das ist eben das. Das ist eine Geschäftsbeammerung ohne Geschäftsauftrag. Und das wird nach der Obligation gleich zu einem Bußgeldbescheid oder zu einer Obligation. Ähm, ich will das hier nochmal, ja, die Versicherungen sind ganz toll. Ja, man sieht das ja hier, ne. Da, und die Polizeikleidung und so. Und das sind alles, das ist ja eine Diensthaftpflicht. Das heißt, der sogenannte Beamte, Polizeibeamte ist überhaupt nicht versichert. Und das kann ja gar nicht sein, dass der draußen rumläuft. Ja, der ist natürlich Polizeibeamter. Tut mir natürlich gar nicht. Im, im, im Regieren. In der Anstalt. In der Anstalt, genau. In der Anstalt, ne. Da, da drüben. In der Anstalt ist der Polizeibeamter. Denn das Polizeigesetz gilt ja nur wo? Nur in, in der Anstalt. In der Anstalt, ja. Ja, ja, das ist, Körperschaft ist das Gebäude mit einem Eingang, Körperschaft, wo, die schaffen uns ja auch rein, Körperschaft, öffentlichen Rechts heißt, dass sie auf öffentlichen Grund und Boden gebaut haben. Und da steht es ja auch drin, man kann das ja, ich werde dazu noch, zu diesem Video noch das reinladen. Da gibt es ja, ähm, äh, Rechtsstatus von Verbänden juristischer Personen und da steht drin, da sie gar keine Grundrechtberechtigung haben und auch nicht grundrechtfähig sind, können sie auch nicht Grundeigentum erwerben. Das geht gar nicht. Sie können auch nicht ins Grundbuch eingetragen werden, das Gebäude gehört der Polizei. Es gehört nicht der Polizei. Es gehört nämlich, es ist eine Körperschaft, öffentlichen Rechts. Und zwar, dass sie im Grundrecht quasi nicht mehr rauskommen, dass sie in das, also, dass sie in die Öffentlichkeit nicht rauskommen, um in der Öffentlichkeit Schaden zu bearbeiten. Aber, was machen sie? Sie kommen raus und machen, ja, Verkehrskontrolle machen sie. Ja, sie können auch den Verkehr regeln, wie sie wollen. Aber sie kommen und sagen, Ausweiskontrolle. Ja, der Mensch ist gar nicht verpflichtet, ist gar nicht verpflichtet, Reisepässe und sowas zu haben. Sowas gibt es im Genfer Abkommen nicht. Und wie man das sieht, also in den ganzen Dingen, da sprechen sie eigentlich im Grunde von Polizei, Justiz und Staatsanwaltschaft. Und das ist unser gesamtes Problem, was wir hier haben. Wir haben hier lauter Irre, die hier ausbrechen und dann Schaden verursachen und dann sagen sie, ja, die Staatsangehörigen können das ja bezahlen, weil die Angehörigen, ja, als ob ich sie, als ob ich sie im Kreißsaal gefunden hätte, die Polizei und so. Ja? Hast du sie irgendwo gefunden? Ja, wie Familienangehörige. Ja? Ich habe sie ja nicht, sie sind, ich habe sie ja nicht durch den Verkehr bekommen, wenn ihr wisst, was ich meine. Fiktion, ne? Fiktionieren. Ja? Also, ihr seht, ja, Heilfürsorge, bla bla bla, hier, hier Haftung und so, Polizei, nicht? Hier steht Verantwortung, die sie teilen können. Haftpflicht, da. Verantwortung, die ich teilen kann. Ey, Kollege, ich will noch nicht mal, dass du aus der Anstalt rauskommst. Bleib da, wo du bist. Du bist krank. Du denkst, du bist ein Polizist. Du bist bewaffnet. Du machst hier Menschenrechtsverletzungen ohne Ende und dann soll ich, als dein Angehöriger, wenn ich dein Angehöriger bin, dann musst du mir sagen, du bist in der Anstalt, nicht ich. Oder? Also, wir auf keinen Fall. Ja? Auf keinen Fall. Gewerkschaft der Polizei, da, Verbände juristischer Personen, da, da steht das. Die Staatsanwaltschaft ist ein Verband, die Richter sind ein Verband, die Rechtsanwälte sind ein Verband, die sogenannten Landkreise sind ein Verband, alles nur Verrückte, die sich irren. Ist das nicht verboten, Verbände? Alles verboten, ist alles verboten. Ja, deswegen gehören sie auch in die Anstalt. Das ist das Problem, was wir hier haben. Hat Verband was mit Verband zu tun? Ja, ja, Kopfverband, weißt du, Kopfverband? Ach so. Und so, gelber Schein, äh. Deswegen müssen wir sie unterhalten. Ja, du musst ja wissen, pass auf, gelber Schein doch nur deswegen. Jetzt, jetzt schnall ich das auf. Du hast doch den gelben Schein, den Krankenschein und dann, wenn du in eine Ortschaft reinkommst, ist das auch gelb. Ja, ne? Ja, gelber Schein. Okay? Wenn du zur Post gehst, ne, kriegst du sie auch gelben Brief und so. Damit ist das gemeint. Also, top Jungs, also, bleibt schön in eurem Käfig drin, ne? Wir wollen gar nicht zu euch, ihr wollt ja zu uns. Also, der Reisepass im Übrigen ist im Genfer Abkommen absolut verboten. Und wer ist eigentlich schuld, wenn ich keinen Parkplatz finde und aus der Not irgendwo parke? Also, wenn du in der Notwendigkeit parkst, dann sind die ja selber schuld, weil der Staat hat sich ja verpflichtet, hat sich ja verpflichtet, Notstand wegzubringen. Und wenn du dann irgendwo in Not parkst, du kannst ja auf der Autobahn stehen bleiben. Warum? Weil es einen Stau gibt. Wenn du jetzt, wenn eine Fallanstaltung ist, du kannst dich natürlich nicht mitten auf eine Kreuzung stellen, wo eine Gefährdungshandlung ist. Du kannst dich ja auch nicht irgendwie auf den Fußgängerweg hinstellen, wenn es nicht notwendig ist. Aber wenn natürlich irgendwo ein Unfall ist, dann stehen die Autos auch quer und übereinander und da gibt es auch Tote. Und dann kann auch ein Polizist nicht kommen, ah, du hast hier falsch geparkt. Ey, Kollege, es ist Notstand. So, wenn der Papst gesagt hat, im öffentlichen Recht ist Ethos und Recht außer Kraft gesetzt, dann ist natürlich überall Notstand. Und wenn du keinen Parkplatz bekommst in der Stadt und da gibt es eine Veranstaltung oder irgendetwas oder du hast kein Geld, sie sind ja verpflichtet, dir Geld zu geben und du hast kein Geld, dann sind sie dafür verantwortlich, weil du kein Geld hast. Dann bist du ja in Not. Du musst ja irgendwo parken. Du bezahlst ja Kfz-Steuer, Märchensteuer. Also sind die immer schuldig? Immer. Sie sind immer schuldig. Immer. Und dann kannst du, du kannst ja, wenn du Geld bekommst, also wenn du Geld brauchst, weil es notwendig ist, weil du irgendetwas notwendigst und sie geben dir kein Geld, dann sind sie nicht nur zuständig, sondern sie sind schuldig. Wenn du dann kein Geld hast und du kannst nichts kaufen zum Essen, dann sind sie schuldig, wenn du irgendeinen Laden überfällst. Sie sind die Schuldigen. Also hat das keinen Sinn, sie zu klagen oder verklagen? Du kannst ja nicht sie verklagen, sondern du kannst nur die Haftpflichtversicherung verklagen. Und die Haftpflichtversicherung, sie sind ja eine Diensthaftpflicht. Sie sind ja dienstlich in einer Anstalt. Sie haben sich ja verpflichtet, in eine Anstalt zu gehen, weil sie sich ja irren. Sie können ja den Unterschied zwischen Mensch und Person nicht. Und das heißt, in dem Moment, wo sie sagen, zu Menschen Personenkontrolle, Personalausweiskontrolle und das muss man ja bei sich tragen, weil sie ja dann total wild werden. Also ihren Schutz dann vor Straf oder was? Ja, man muss ja den Personalausweis wegwerfen, damit man fliegen kann. Das ist wie so eine Echse, die hinten so einen Schwanz hat und den Schwanz kneift sie ab und wirft weg. Und dann geht der Vogel und schnappt diesen Schwanz. Und dann kann immer noch das Reptil noch verschwinden. Genau so muss man das auch machen. Sie sind ja nicht hinter euch her, sondern sie sind hinter der Person her. Aber sie erkennen den Menschen ja gar nicht, weil sie sich ja extrem vorsätzlich unmündig und irre halten. Also wenn er sich irrt, dann muss er wieder zurück in ihren Anstalt. Oder habe ich das jetzt falsch gesagt? In ihre Anstalt, ja. In ihre Anstalt. Alles klar. Also in dem Sinne, also das Gebäude gehört nicht denen, das Gebäude gehört uns. Und das Gebäude ist nicht zu unserem Schutz da, sondern zu ihrem Schutz, damit wir uns schützen können. Eigentlich muss die Tür abgeschlossen werden. Ja, es ist ja bis ab 18 Uhr, wisst ihr, Einschluss und so. Aber die denken dann, ja, wenn wir die Kutte ausziehen, dann sind wir das. Also jetzt nochmal zur Haftpflicht, damit wir das mal abschließen. Ihr kennt doch die Geschichte mit dem sogenannten Hales Angels, wo der Bannführer quasi in Spanien verantwortlich gemacht worden ist, weil einige der Bannführer oder Bannmitglieder irgendwelche Straftaten benacht haben. Wenn der Bannführer natürlich nicht sagt, wer hat denn die Straftat begangen, dann haftet er nämlich natürlich selbst, dann haftet er natürlich selber, weil er die Straftat billigend und belohnend eben angenommen hat. So, bis er natürlich das sagt. Es kann ja nicht sein, dass wenn ich jemanden decke und die Straftat eben damit möglich mache. Und so ist das auch bei der Bande. Wenn es dann natürlich einen Bannführer gibt innerhalb dieser Anstalt und der sagt nicht, wer sich daran beteiligt hat, dass Menschen zu Schaden gekommen sind, dann kommt der in den Knast. So, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Tschüss. Alles Gute. Tschüss.